Und dann mal dazu kommen zu einer weiteren Runde, was sagt neun weiteren Rundes, jetzt habe ich das Spiel vergessen, Paintball heißt es, genau, das Spiel heißt Paintball, auf Mineplex und mir ist gerade etwas eingefallen, was ich mal erwähnen könnte, viele, einige wissen wahrscheinlich, dass meine Grafikkarte im Arsch ist und zur Zeit ich mit meiner alten spiele. Ähm, und ich wollte eigentlich bloß damit informieren, weil ich zur Zeit eigentlich wirklich nur Minecraft spielen kann, geht gerade einfach nicht mehr und sobald ich wieder meine, ja, alte Grafikkarte hab, neue alte Grafikkarte hab, ähm, werde ich wieder Rainbow Six spielen, das wollte ich euch eigentlich damit sagen jetzt. Wie viele Kills haben wir? Wie viele Kills haben wir? Keine Ahnung, werden wir gleich feststellen. Ich möchte ein paar mehr Runden machen, so viel steht fest. Boah, nein, nein, nein. Was sagt, ich wollte den letzten Kill machen, Mann? Ich habe gerade überlegen müssen, wie man schießt. Was? Nein, Mama. Nein. Nein, nein, nein. Nachso's rot. Wie feitelt. ich bin das muss jetzt eben nicht so ganz verstehen wieso jetzt nichts mehr dabei stehen stand WUH 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 I am the fastest boy in this world world oh man oh Last Man, Last Man Standing, Last Man Standing WARW I WERE IN THE LATEST KILL mann gibt so gar nicht sind aber glaube ich ganz schöne runden eigentlich aua aua wieso ist das so laut sorry if I suck the next complete round I'm going to was keine Ahnung was der will selbstmord betreiben wahrscheinlich keine was ist das für ne map WUH what the fuck ach rot scheiße ah das irritiert mich dauernd wenn man das sieht ja bescheuert aus das sieht ja scheiße aus um a laura aber auch kräftig machen gut das was ich als Runde kommt man da hoch mit kommen wenn ich nicht haben wir uns geht vielleicht vielleicht noch nicht ich frage mich eigentlich wie man auf die Namen Frost und Neta kommt also jetzt von Teamnamen her ich hätte halt rot und blau genommen alles klar alles klar alles da auf geht's Attacke um um hallo 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 jao 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 wer weiß wie so zählt ist irgendwie nicht das gibt es ja nicht warum geht es sein also ich hab davor auch diesen hässlichen packt gab das jemanden überwaffen wollen da rasten wir hier ja hallo ja ein bei komm ich in einmal aus kippen ich will einmal der aus kill machen der oben er wusste wo er wird nein meiner bfk war mit zari ist die wenig rot Hast du toll gemacht. Hast du ganz toll gemacht, du Vollidiot. Ich weiß nicht, ich hab grad so richtige Beleidigungsstimmung. Es ist viel zu warm. Das hab ich ganz vergessen zu erwähnen mal. Es hat 27 Grad in meinem Zimmer. Ich will diese echten Geräusche dabei haben. Aua, nicht treffen. Wieso treffen mich alle? Mensch. Dumme Sau. Brother, snap. Ja, und zwar, der lebt noch. Wie schaffe ich's eigentlich immer, dass ich gleich zwei werfe? Hör auf, nicht zu reviven. Nein. Nein. Kill Klau. Ja. Da war grad noch ein blauer. Da war ein blauer. Wie schon gesagt, da war ein blauer. Ich kann mich nicht mehr reviven. Na, 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 na. Gehen nicht alle auf mich? Hallo? Hallo? Dumme Sau. Alles blau, alles blau, alles rot, alles tot. Was bin ich eigentlich rot? Komm, befreien. Achso, ich dachte grad. Das sieht doch mal cool aus. Das sieht doch mal cool aus. Wo ging das da? Saugeil. Paintball eben, ne? So, was haben wir hier für eine Map? Ach, diese, die mag ich nicht. Erstmal alles rot, painten hier. Ah, Nachbarheimat wieder. Ja, last kill. Last kill. Warum stehe ich nicht da vorne? Ich, ich hab die Runde entschieden. Gut, das würde ich. War's für heute. Würde ich sagen. War's für heute. So rum wollte ich sagen. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.